Hallo und herzlich willkommen zu Manuel am Abend. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Ja, nun bin ich hier unter einem Baum und ja, ich freue mich, dass Sie dabei sind zu Manuel am Abend. Ja, ich hoffe, ihr könnt mich hören. Ja, und es kommt jetzt Wind auf. Ich hoffe, ihr hört mich trotzdem. Ja, Manuel am Abend, Freunde. Ich stehe hier im Graf. Ich freue mich, dass ihr dabei seid zu Manuel am Abend, wenn ihr mich hören könnt. Und nun bin ich hier in den Obstbäumen, in den Obstwiesen. Naja, ist ja auch egal, Manuel am Abend, Freunde. Ja. Neuer Tag, neues Glück. Die Sonne scheint. Die Mücken zwicken. Die Sonne ist da. Ja, gerade ist sie hinter den Wolken, aber gleich kommt sie wieder. Mal am Abend, Freunde. Ja, so ist das nun mal. In den kleinen Obstfeldern und Obstwiesen zwischen den Bäumen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Esse eine Beefy. Ja, habt einen schönen Tag. Und jetzt werde ich eine Ausblendung machen. Dann sehen wir uns woanders wieder. Bis gleich. Ja, die Ausblendung wurde gemacht. Ich stehe hier vorne im Gebüsch. In diesen herrlichen Blumen. Ja, ich würde sagen, ich verabschiede mich für heute. Wir sehen uns sicherlich morgen wieder ab 19 Uhr. Zumal am Abend. Bis dahin. Und Tschüss. Tschüss.